Hey Leute, ich bin hier mit meinem Papa und wir üben ein letztes Mal vor der Talentshow. Bereit? Ja. I don't send CD back that ain't like this. I'm the man Instagram, take a pic like this. Oh, oh, oh. Ich muss da rangehen, sorry Schatz. Okay. Wow, Kelani, sag nicht, dass du in der Talentshow mit deinem Vater tanzt. Überrascht dich das echt? Jeder weiß, dass sie keine Freunde hat. Das ist nicht wahr. Mein Dad ist mein Freund. Und wir machen auch einen gemeinsamen Vlog. Wow, jedes Mädchen, das mit ihrem Vater vloggt, ist definitiv ein Loser. Nein, meine Lieblings-YouTuber sind die LaBrandFam. Die Tochter Everleigh tanzt und vloggt mit ihrem Vater Cole. Und sie sind keine Verlierer. Sie sind echt cool. Ich möchte einen Kanal genau wie sie. Du bist ein YouTube-Kanal? Wie willst du denn jemals Abonnenten bekommen? Der einzige Abonnent wird dein Vater sein. Hey, ich ruf dich zurück, okay? Schaut, da kommt er. Lasst uns gehen. Das wird spaßig, dich heute Abend verlieren zu sehen. Gegen Pink Velvet. Will später, Loser. Hey Schatz, alles in Ordnung? Ja, alles okay. Die haben sich über mich lustig gemacht, weil ich keine Freunde habe. Hey, schon okay. Du hast mich, oder? Ich werde immer dein Freund sein. Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Ja? I don't see a shitty back then. Ist schon gut, Dad. Wir werden wahrscheinlich eh nicht gewinnen. Bringen wir es einfach hinter uns. Bist du sicher? Seid ihr bereit, mit der Talent-Show zu beginnen? Wow, das sind eine Menge Leute. Keine Sorge, es wird alles gut. Bist du bereit? Ja, ich muss nur kurz aufs Klo. Ah, ich bin so nervös. Es sind so viele Leute hier. Und ich hoffe wirklich, dass ich nicht... Seht mal, wer da ist. Wow. Ich bin überrascht, du musstest deinen Vater nicht mit hierher bringen. Lass mich in Ruhe. Nette Kamera. Lass mal sehen. Hey. Ich kann nicht glauben, dass jemand deine Vlogs ansehen würde. Keiner interessiert sich für eine Verliererin und ihren Vater. Hör auf damit, gib das her. Lass los. Lass los. Meine Kamera. Du hast sie kaputt gemacht. Macht keinen Unterschied. Niemand wird sich deinen blöden Vlog eh ansehen. Ich hab dir nur die Peinlichkeit erspart, ihn zu posten. Oh, wir sind gleich dran. Wir sollten los. Lass uns das Ding gewinnen, Ladies. Hey, Schatz, ist alles okay? Nein, ich will den Tanz nicht mehr machen. Warte, wohin willst du? Hey, Schatz, bitte bleib bei einem Moment stehen. Sag mir, was los ist. Ich hätte nie herkommen sollen. Tanzen mit meinem Vater. Einen YouTube-Kanal? Was hab ich mir gedacht? Ich dachte, es wäre dein Traum. So zu sein wie die LeBron-Familie. Nein, nein, jetzt nicht mehr. Ich will nicht mal mehr diesen blöden Pulli tragen. Oh nein, das tut mir leid. Alles okay. Oh mein Gott. Du bist Cola Brand. Ja, schöner Pulli übrigens. Äh, ist alles okay? Sorry, ich kann einfach nicht glauben, mich zu treffen. Du verstehst nicht. Ich schaue alle Vlogs deiner Familie. Okay, ich muss mich kurz beruhigen. Diese Mädchen nennen mich Verlierer, weil ich keine Freunde habe. Und weil ich einen Vlog mit meinem Dad starten will. Erstens, die Vlog-Idee finde ich toll. Mach das. Zweitens, keine Freunde zu haben, macht dich nicht zum Verlierer. Wirklich nicht? Natürlich nicht. Du kannst auch ganz allein cool sein. Außerdem bin ich mir sicher, du hast mindestens einen Freund. Deinen Dad. Und das ist das Einzige, was zählt. Du hast so recht. Ich kann nicht glauben, dass ich fast die Schau hingeschmissen hätte. Und eigentlich, Schatz, sind wir jetzt dran. Ich gehe dann besser mal los. Danke, Cole. Gern geschehen. Und nimm es auf Video auf. Oh, Mist. Ganz vergessen, meine Kamera ist kaputt. Wie wäre es, wenn du mit meinem Handy aufnimmst? Nein, Dad, das wird nichts. Ist schon okay. Lass uns einfach gehen. Hey, weißt du was? Nimm meine Kamera. Du kannst sie haben. Ist das dein Ernst? Das ist zu viel. Das können wir nicht annehmen. Nein, echt. Ich bestehe darauf. Nimm sie. Vielen Dank, Cole. Das werde ich nie vergessen. Gern geschehen. Und viel Glück. Was für ein toller Auftritt von Pink Velvet. Danke. Was für ein toller Abend. Ich bin überrascht, dass du überhaupt da bist. Als nächstes haben wir... ...Kelani und ihren Dad. Oh. Entschuldigung. Als nächstes haben wir die... ...Rodriguez-Fam. Dancing City, back that ain't like this. I'm the man, it's the gram. Take a pic like this. Hold up. Wait, while I whip it like this. Counting up and flexing. Yeah, just like this. Kelani und ihr Vater tanzten bis zum Schluss und begeisterten die Menge. Als sie fertig wurden, konnte die Menge sich nicht mehr halten und gab ihnen einen tobenden Applaus. Nach der Reaktion des Publikums gab es keinen Zweifel, wer der Gewinner der Talentshow war. Kelani holte ihre Kamera und nimmt diesen unvergesslichen Moment auf. Alle waren so begeistert. Naja, zumindestens fast alle. Als Kelani nach Hause kommt, fängt sie an, das Video zu schneiden und auf YouTube hochzuladen. Sie postet es auf ihren neuen Familienkanal. Innerhalb kürzester Zeit geht das Video viral. Sie haben Hunderttausende von Abonnenten aus der ganzen Welt gewonnen. Kelani konnte es nicht fassen. Sie vloggt weiterhin für ihren Familienkanal und machte noch mehr Tanzvideos mit ihrem Vater. Die Klicks und Abonnenten gingen weiter durch die Decke. Und dann, ein paar Monate später, trifft Kelani zufällig auf Pink Velvet. Sie haben gerade eine Million Abonnenten gewonnen. Das ist Wahnsinn! Ich kenne niemanden mit so vielen Abonnenten. Ich verstehe nicht, was so besonders an ihr ist. Schau, da ist sie! Lasst uns mit ihnen reden. Alles klar, Rodriguez-Fam. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Hey, Kelani! Ich wollte nur sagen... Oh mein Gott, die Rodriguez-Fam! Oh, ihr seid unsere Lieblings-Youtuber. Bekommen wir ein Foto? Klar doch, ja. Das ist super! Danke! Vielen Dank! Ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert ist. Äh, entschuldigt bitte. Also, du und dein Papa sind jetzt berühmt? Ähm, naja, ich war's nicht so recht. Nun, wir haben uns gefragt, ob du mit uns tanzen wollen würdest. Ja. Stell dir vor, die Rodriguez-Fam kollaboriert mit Pink Velvet. Unsere Fans würden ausflippen! Wirklich? Ja, vielleicht können wir sogar Freunde sein. Und wir hängen zusammen ab. Wow! Äh... Schon okay. Ich hab schon den Freund, den ich brauche. Aber danke. Sie ist das coolste Mädchen, das ich kenn... Ja! Echt mal! Ach, egal. Lass uns gehen. Sie ist mein bester Freund. Du machst mit ihr, du machst mit mir. Du machst mit mir, du machst mit ihr. Du machst mit uns, du besser sprichst. Und los. Bis zum nächsten Mal.